Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Montag, den 11. September, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision. Gotha leben mit neuer Vorständin. Alina von Brunk soll zum 1. Juli 2024 in den Vorstand der Gotha Finanz Holding AG, Gotha Versicherungsbank VVAG und der Gotha Lebensversicherung AG berufen werden und die Verantwortung für das Lebensversicherungsgeschäft der Gotha übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Michael Kurdenbach an, der zum 30. Juni 2024 nach mehr als 20 Jahren im Vorstand in den Ruhestand geht. R&V startet Schutz für IT- und Telekommunikationsbranche. Die R&V-Versicherung hat einen Schutz für Haftpflicht und Vermögensschäden speziell für die Informations- und Telekommunikationsbranche auf den Markt gebracht. Diese soll auch Eigenschäden abdecken. Swiss Life mit neuem Leiter Intermediärvertrieb. Sebastian Weigert wird zum 1. Oktober neuer Leiter Intermediärvertrieb bei der Swiss Life AG in Deutschland. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler verantwortet damit die Vertriebswege und Ansprache aller Flächenmakler, Pools, Finanzdienstleister, Großvertriebe, Banken sowie Digitalvertrieb und Inchotechs. DIW Berlin. Aufschwung vorerst nur in Trippelschritten. Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr als einzige große Volkswirtschaft leicht schrumpfen. Das geht aus der neuesten Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW Berlin hervor. Demnach haben vor allem ein steppender Konsum der privaten Haushalte in Deutschland und schwächern der Exporte nicht zuletzt aufgrund der Flau der chinesischen Wirtschaft die Erholung hierzulande vorerst ausgebremst. Pangea Life baut soziales Engagement aus. Die Pangea Life spendet mit jedem neuen Vertragsabschluss ab sofort 1 Euro an drei gemeinnützige Organisationen. Bereits seit 2018 spendet der Versicherer an WeForrest. Mit der Kinderstiftung Die Arche München und Via4Kids sind nun zwei weitere gemeinnützige Organisationen hinzugekommen. Die Inflationsrate in Deutschland, gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahresmonat, lag im August 2023 bei plus 6,1%. Die Inflationsrate bleibt damit weiterhin auf einem hohen Niveau, so Ruth Brandt, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Sie ergänzt, Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Energie liegen oberhalb der Gesamtheuerung und halten die Inflationsrate hoch. Wie das Statistische Bundesamt weitermitteilt, stiegen die Verbraucherpreise im August 2023 gegenüber dem Vormonat Juli 2023 um 0,3%. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Montag, den 11. September, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Provision.